Ja moin moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Worms Revolution. Worms Revolution. Worms Revolution. Wir spielen heute wieder zu viert. Worms Revolution. Worms Revolution. Worms Revolution. Macht die Wiederholungsspur aus, ey. Dabei ist der Tim, wie er hört, die Hatice und der Nils. Und ich darf anfangen. Ja, du darfst anfangen. Ich werde jetzt auch ein bisschen leiser reden. Oh. Weil schon mal Hallo. Oh. Ey. Ey, du bist so ein Arzt. Ey, was willst du von mir? Ich hab dir doch nichts angetan. Das war gar nicht so geplant. Das ist natürlich auch so geplant. Nein. Komm, ich darf nur nicht mehr schreien. Ich muss jetzt ganz leise. Nein. Boah, schade. Das muss ich machen. Natürlich. Das ist doch hier zu gefährlich. Boah. Oh, oh. Verdammt. Verdammt. War ich zu langsam. Ja, ein bisschen. Ey, da ist ja mein Handy. Verdammt. Ja, ich bin dran. Könnt ihr übrigens mal kurz sagen, der Grund, warum hat Teece immer so schallt oder so, ist, weil sie direkt neben mir sitzt und so laut redet. Dadurch wird sie einmal über ihr Mikrofon gehört und über meins. Seht ihr? Weil sie so laut redet, kommt der Schall durch zwei Mikrofone von ihr. Ich versuche das heute mal ein bisschen zu vermeiden, indem sie erstens nicht so laut sein darf. Beides haben wir uns ein bisschen weiter auseinandergesetzt. Ups. Oh, oh. Ich dachte, du bist überahnt. Oh, der überlebt sogar noch. Ey, war wir jetzt doch wegfliegen müssen, ey. Ja. Der Bart hat ihr geholfen. Scheiße, war das doof. Schüschen. Na toll. Ey. Ich bin so schlecht. Machst du denn, ey. Das ist genauso schlimm, ey. Scheiße. Ich wollte nicht da runter. Scheiße. Ich wollte nur da oben laufen, irgendwie. Ach, Mann. Oh, Mann, ey. So viel Scheiß. Ich rufe den Mikrofschläger nehmen können. Dääh. Und dreh den ins Wasser, genau. Dääh. Lässt du jetzt dran? Ach, der. Na toll. Ey, was habt ihr alle gegengekommen? Mario. Ich hasse ihn. Ich selber. Boah, zwei Stück sind sehr. Oh, Mann, ey. Der Schweinsteiger hat auch so ein Ding auf dem Kopf bekommen. Ich bin cool. Ah, warum explodiert du das Ding nicht, ey? Frechheit. Ich hatte eine Miene im Auge, ey. Und überhaupt, warum habe ich oben links das Fenster? Den Chat, meinst du? Ja, ja. Kannst du doch ausmachen. Wie denn? Du musst nur auf diesen Pfeiler. Nee, ich glaube, ich kann ja nicht mehr ausmachen. Nee. Ja, egal, dann lass ich ihn halt einfach. Wie kann man ihn denn? Man kann ihn doch bestimmt noch so aufmachen, damit man doch schreien kann. Assi, ey. Während du noch redest, ist Clinky schon am Schwimmen. Man muss natürlich mal auf irgendeine Taste drücken. Oder auch nicht. Wenn man zu dieser Kiste da im Wasser will, dann muss man erstens ins Wasser, dann runtertauchen und dann sind da unten noch zwei Minen. Oh. Hals- und Beinbruch, Kim. Bei dir ist das auch echt ein guter Hinweis. Ja, so im Kopf dagegen, ne? Ich weiß es echt nicht. Jetzt setzt er einfach in der Ruhe unter der Clusterbaut. Oh, bist du wahnsinnig. Ich mach's jetzt einfach. Der Kramut geht, glaube ich. Hat schon ordentlich was mitbekommen, ne? Soll. 50 ist in Ordnung. Ey, ich weiß es nicht. Das ist nicht meine Runde. Das ist gut, er kann da nix machen. Gar nichts kannst du da machen. Meine Runde. Kannst du mal von meinem Kopf runtergehen? Das ist totale Verschwendung, da Dynamik zu nutzen. Du weißt, dass ich nicht sterbe. Sondern du stirbst. Jawohl, genau das war mein Plan. Ja, dass du Punkte abgezogen kommst, genau. Dass er stirbt, das war mein Plan. Jetzt bin ich doch gestorben. Ich hab gar nicht so viel abgezogen bekommen, glaube ich. Ich muss ab jetzt wieder den Nils momen. Aber was soll ich das machen, sonst killt der mich? Ja, das ist aber... Ist aber noch gar nicht dran. Das ist aber der Lauf der Zeit, ja? Was ist denn da? Das ist auch mal jemand killen. Große Tiere essen kleine Tiere. Ach, da oben! Du bist nicht groß. Ich bin größer als du. Wahre Größe. Ich weiß, irgendeiner will mal diesen Chat da aktivieren können. Erkennst du nur mit dem Herzen. Erkennst du nur mit dem Herzen. Granate da unten rein. Ah, ich glaub... Ah, da... Du musst auf diese eine Taste da drücken. Boah. Ihm hat eine Granate im Nacken, ey. Scheiße, wie macht man das denn jetzt? Boah, da unten ist aber auch ordentlich gescheppert. Ey, wie schließt dich denn? Ich hab's. Wie schließt man's denn? Ich hab's jetzt angemacht. Ja, ich hab's gerade mal. Hey, warum schießt du auf mich? Warum ist guter denn nicht tot? Warum? Warum? Ich bin einfach nur schlecht. Miene ist doch schon längst entschärft. Na, ehrlich, ey. Das war ein Blindgänger. Warum ist sie da noch dort? Das war ein Blindgänger. Das war ein Blindgänger. Das war ein Blindgänger. Das ist eine Sache. Einfach nur schubsen. Ey, einfach nur schubsen? Doch, das müsste funktionieren. Moin. Aber... Jetzt... Du musst weit näher zu ihm dran. Boah, aber super ins Wasser eingetaucht. Also, der wird damit kaum Abzüge bekommen. Fast. Ich würde sagen, 9,5. Jetzt muss sich der... Mein Gott, ey. Das sieht komisch aus. Ich komme nicht raus! Warte, aber es ist immer andersrum. Ah, wie lustig. Ey, scheißegal. Du schießt so einfach mit so einem Ding. Boom. Boah. Scheißegal. Der hat so einen Selbstmord gesehen, ey. Das ist so lustig. Ey, musst du ja schießen. Oh, krass. Oh, krass. Das ist Hammer, ey. Ja, vor allem der Bienen hätte auch gereicht. Ich finde das voll lustig. Oh. Oh. Oh, Verschwendung, ey. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. 24 Punkte. 24 Lebenspunkte. Aber jetzt. Irgendwann muss es doch mal klappen. Soweit. Mein Gott, du triffst ihn. Der brennt noch. Er hat noch mal 8 Punkte durchs Feuer bekommen. Dann hat er... Der ist tot. Das wollt's doch genau so machen. Stimmt's? Ja, genau. Ey, wie schlecht bin ich denn? Krawutke ist weg, ey. Es ist Zeit für Detlef. Das ist schon der geilste Spruch. Es ist Zeit für Detlef. Ah, Schokolade. Ich mach mal ne kleine Frage an Nils und Sebastel. Habt ihr uns Schallen gehört schon mal? Nein. Dann funktioniert unser Trick hier. Ich rede auch grad leise. Ich glaube nicht. Du bist ein Wichser zum Arsch. Kim ist tot. Ohhhh. Was der Teacher als erster tut ist, das haben wir noch gar nicht glaub ich gehabt. Doch, einmal. Komm mal. Ey, lass mich in Ruhe. Mann, da ist der Detlef. Ey, Alter. Jetzt schallt sie. Jetzt schallt sie. Entschuldige. Das ist so asozial. Kommt eh nicht an. Der Robben zum ersten Mal dran? Nein. Der hätt mich da runtergekickt. ja das müsste gereicht haben ja ich denke ich auch nicht ja Sigi, gibt es diese Leute die immer sagen ja Sigi boah zweifelsohn nein richtig? hattet ihr sowas nicht? ja bei uns an der schule viele die so umgerannt sind ja Sigi ganz schlimm, das war nicht ganz schlimm Bist du weiter weg? nur da, genau da, sehr gut jeder darf, das wird schwer da ist noch genug im Weg ich hab nicht mach du ruhig da an das ist interessant hätte ich von der anderen Richtung gemacht, ne? ja, ich glaube das wäre sinnvoller gut aber mach auf, das Feuer was da runterfällt trifft noch den Detlef nein aber Kuko hat schon ordentlich was verloren oh, wir müssen den Needs umbringen weil normalerweise ist er immer als erstes tot nee mir egal, ich kann das nicht mehr spielen ich bin schlecht ich darf nicht mehr so laut sein und deswegen halt ich jetzt einfach die Klasse das zieht 30 Punkte ab probier's einfach mal ach, das ist ne Bunkerbombe und auf die Mine die ist doch schon entschärft, Junge weißt du nicht, was ein Blindgänger ist? ach Mensch, ey warum ist sie denn da überhaupt noch? sollst du sie wegmachen? das ist ein Blindgänger, Junge das ist ein Blindgänger, Junge ich hab selbst gestern bei Supreme Commander schon wieder gesagt boah, der Chrisa geht mir auf den Sack dabei hat er bei uns im Team mitgespielt und er meint den Daniel ich exitiere die ganze Zeit das war ein bisschen dumm das war ein bisschen dumm jetzt wollte ich grad die Bananenbombe loslassen boah boah boah, haben alle getroffen das ist voll unhuman das ist voll unhuman hey der macht dich der macht dich jetzt zu was hast du jetzt davon? der macht dich jetzt kommt kurz machst du das? der ist ja die ganze Zeit gegen ne Wand ich hoffe, dass ich weiter reinkomme guck mal der oder das Grab die Grab scheiße, eine Sekunde hatte er gefehlt Grab von Mario Gomez steht da noch boah, der bringt nichts da ganz links ist der Robben oh ja bringt nichts so gut guck mal, da kommen schon der tut gut ja gar nichts ja gar nichts gar nichts war das war so gut wie nichts was da hier hat ja ach nichts ist wie ne Mine ja eben der Hammer ist dran Mine ist doch was das ist gar nichts nee doch ich würd sagen auch Luftangriff da auf den Nils jetzt ja jetzt nichts das einzige was dir bringt die 45 sind 45 was machst du denn? auf die Insel bist du doof? ey du bist so ein Arschloch du bist so ein kleines Arschloch nein oh der schieß gegen den oh du Depp ey du bist so ein Wichser das gibt es doch jetzt entschuldigung aber du bist so ein Wichser wo ist diese scheiß Schrotflinte? wie bloß dann was du gerade hast? ja die Schrotflinte wie denn legt sie ah ha 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 na du bist so ein Wichser du willst ja ein Komter was machst du da? ach ich hab den Oberschieb ja was bringt das denn? ja die macht einfach das ist meine Schöne ich darf irgendwo hin oh wie geil wenn die so ne Tho einfach runter fliegen würde es ist's es ist's es ist mach dich bereit detlef es ist eine zeit zeit für detlef was sind die denn alle überhaupt da unten dahin was du mal was ich hab mich doch nicht kommt nicht an er scheint zu spät das hatte er vor doch das hätte vielleicht so ankommen können die lenker käte zu jungen kommen können das glaube ich nicht dass das geht vor allem geht der wind voll nach links naja gut dass das wichtig ich will hat dennoch 42 8 unter da untergefallen wo ist die lenkrake ach es wird zu kompliziert oder ich versuch's mal mit der lenkrakete ach ich schaff das eh nicht doch das klappt nee ich weiß nicht klar klappt das wenn du in sparschritte nach vorne gehst klappt das ja das will ich halt nicht ja das bringt doch nichts im lenkrad geht es sogar auch nicht so viel an mehr als ne bunker vom barb ich bin schön geschützt jetzt fliegt er runter zu dir ne da fällt der irgendwo ins wasser glaub ich nicht das war doch warum denn ich mache irgendwas und tötet mich schnell 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 noch eh schon tot jetzt bin mal gespannt na jetzt bringt die bunte bunkerbombe nix das trifft den doch gar nicht muss ich versuchen was hätt ich dir sagen können war die ja schneller vorbei als ich dachte ja die kiste war ein wenig ne hab ich nicht gesehen ach was haben wir denn noch mal gucken ja ja was sind wir denn wo sind wir denn wenn wir da hinkommen ach cool ach ne mach ruhig mach ruhig ne nein jetzt kann ich das nicht abbrechen die Aktion jetzt mach irgendwas ich wollte laufen ernsthaft der fängt den extra nur da unten damit er nix machen muss damit er so die Runde gewinnt ey dafür werde ich aggressiv ich weiß nicht wie ich die Aktion abbrechen kann wählst du einfach was anderes aus ich wollte laufen ich wollte ein bisschen nach vorne laufen und dann eine leckere Kette machen glaubt ihr immer noch dass sie nicht durchkommt weiter ja da ist die Mine darauf musst du halt aufpassen weiß nicht ob die noch durchkommt muss ja nur ein bisschen in seiner Nähe explodieren nein ach man wieso kommt deine durch und meine explodierte auf der Hälfte weil sie gegen die Miniger knallt es weil sie gegen die Miniger knallt es achso naja egal das war schön bis zur nächsten Folge das war schön genau genau dann würde ich mal sagen verfolgt uns weiter es werden noch einige Folgen von uns kommen ich hoffe es jedenfalls würde ich mal sagen bis zum nächsten Mal jo machs gut bis dahin tschüss Telefon klingelt tschüss